Hallo, ich möchte euch heute einmal zeigen, wie ich ein Eiche-Rustikal-Möbelstück in Chebyschick aufarbeite. Es gibt schon ein Video von mir zum Standard-Vorgehen beim Aufbereiten von alten Möbeln im Vintage-Stil, aber ich wollte jetzt noch einmal ganz speziell auf Eiche-Rustikal eingehen. Ich habe hier so ein Exemplar, das ist Eiche-Rustikal zu erkennen an der Maserung und an der Farbe, auch wenn die Form jetzt nicht typisch ist. In der Regel sind Eiche-Rustikal-Möbel ein bisschen massiver, aber trotzdem, es ist Eiche-Rustikal. Und Eiche-Rustikal eignet sich einfach hervorragend für euer Chebyschick-Vorhaben. Und warum ist das so? Grund Nummer 1, diese Möbel gibt es wie Sand am Meer. Schaut mal irgendwo bei Kleinanzeigen rein, ihr findet hauptsächlich Eiche-Rustikal-Möbel, und zwar deshalb, weil die mal voll im Trend lagen. Es gab eine Zeit, da hat sich jeder Eiche-Rustikal-Möbel gekauft, die Zeit ist jetzt aber lange vorbei und somit gibt es ganz, ganz viele davon auf dem Markt, um wirklich günstig zu kriegen. Zum Beispiel dieses schöne Tischchen habe ich für 15 Euro gekauft. Und der zweite Grund, warum die sich super eignen, diese Möbel haben einfach eine hervorragende Qualität. Die meisten Eiche-Rustikal-Möbel sind wirklich massiv, also massives Eichenholz, robust und einfach nicht kaputt zu kriegen. Und dazu kommt, dass die immer eine schöne Form haben. Das ist, Eiche-Rustikal-Möbel zeichnet sich dadurch aus, dass die immer irgendwie geschwungene Form haben. Die haben Rundungen oder wie hier Schnitzereien. Und wenn ihr euch das dann angemalt vorstellt, das ist einfach perfekt für Shelby Chic. Ich zeige das euch jetzt und am Ende werdet ihr wissen, was ich meine. Ich werde diesen Tisch jetzt aufarbeiten, aber ich werde nicht, wie ich das sonst häufig mache, das gesamte Möbelstück komplett anmalen, sondern ich möchte diesmal die Oberfläche, die Tischplatte, ganz neu aufarbeiten. Und zwar so, dass am Ende das Naturholz zu sehen ist. Denn das ist das, was ich euch zeigen möchte. Eiche-Rustikal-Möbel sind aus Eiche. Eiche-Möbel sind eigentlich super modern. Ihr findet die in jedem Möbelhaus. Eichentische, ihr habt auch schon mal, wenn ihr meine Seite verfolgt, gesehen, ich habe einen Eichenholz-Tisch in meinem Wohnzimmer selbst gebaut. Eichenholz an sich ist modern, aber nur wenn es hell ist. Das ist es hier nicht, aber das kriegen wir wieder hin. Ich zeige euch, wie. Im ersten Schritt geht es immer um die Reinigung. Ich werde jetzt mit einem relativ aggressiven Haushaltsfettlösereiniger den gesamten Tisch sauber machen. Ihr könnt auch Anlauger und Entfetter nehmen. Das ist eigentlich das professionellere Produkt. Das raut wirklich die Oberfläche komplett an und nimmt alle Verschmutzungen runter. Egal wie hartnäckig sie sind, ob das jetzt irgendwelche Fette sind oder Nikotin mit Anlauger und Entfetter, bereitet ihr die Holzoberflächen schon mal super vor. Mir reicht jetzt so ein Haushaltsreiniger. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich überhaupt sauber mache, weil ihr werdet sehen, ich schleife gleich. Es ist einfach immer besser vorher zu reinigen, denn selbst wenn ihr die gesamte Oberfläche abschleifen möchtet, dann ist es so, dass in dem Schleifpapier euch hinterher sonst das Fett und die ganzen Ablagerungen da drauf sind, das Schleifpapier total schnell zusetzen und dann habt ihr auch nichts davon. Also reinigen ist im ersten Schritt nie falsch. Ich arbeite jetzt auch wirklich mit der Scheuerseite, denn ich möchte hier wirklich alles runterziehen, was auf der Oberfläche ist. Wenn ich jetzt hier drüber arbeite, dann komme ich natürlich nicht in die ganzen Ritzen rein. Das ist aber auch nicht tragisch, weil hinterher, wenn das Möbelstück angemalt ist und da ist Belastung drauf, dann geht ja keiner da rein und kratzt, sondern es ist ja wirklich nur auf den erhabenen Stellen. Und die erhabenen Stellen sind die, die ich ja jetzt richtig reinige. Also alles gut. Für die Tischplatte stelle ich mir das jetzt mal auf den Boden. Hier könnt ihr auch nähen. Warum wahrscheinlich der Tisch nur 15 Euro gekostet hat, da hat wahrscheinlich jemand mal was Heißes draufgestellt. Hier ist die Tischplatte richtig beschädigt. Aber ihr werdet sehen, nach dem Schleifen kann man davon überhaupt nichts mehr sehen. So, das soll mir so auch schon genügen. Ganz wichtig ist jetzt, dass dann nichts von dem Putzmittel noch auf dem Möbelstück zurückbleibt. Das ist, man weiß nie, was da mit der Farbe hinterher passiert, wie das reagiert. Also jetzt ganz wichtig, sehr gründlich abspülen. So, mein Tischchen ist jetzt gesäubert und getrocknet und jetzt kann es mit dem Anschleifen weitergehen. Hier für den unteren Teil mache ich das genauso wie eigentlich immer, dass ich nur ganz leicht anraue. Also ich nehme eigentlich nicht wirklich was von Oberfläche weg. Ich mache nur, ich sorge nur dafür, dass die so ein bisschen rau ist und ich sage immer, dass die Farbe danach ein bisschen Grip bekommt. Und ganz wichtig immer beim Schleifen gerade bei Eichenholz, Eichenholzstaub ist giftig. Und deswegen ziehe ich mir jetzt die Staubmaske an und arbeite, wie gesagt, erstmal den Unterbau mit der Hand mit Schleifpapier. So, das Tischchen ist vom Unterbau jetzt hier perfekt vorbereitet, schön angerauten, angeschliffen. Ihr könnt hier sehen, die Lackierung, die ist anscheinend nur noch sehr dünn drauf, weil hier, selbst durch das leichte Anschleifen, ist hier schon fast das komplette blanke Eichenholz freigelegt. So, jetzt widme ich mich der Tischplatte. Da muss ich jetzt aber mit schwererem Gerät ran, weil da, das würde ich euch nicht empfehlen, das mit der Hand zu versuchen, da seht ihr ewig dran. Ich nehme dafür so einen Akkuschleifer und dann hoffe ich, dass ich da relativ schnell durch die dicke Lackierung durchkomme und das schöne Eichenholz schnell freilegen kann. So, das ist also das Gerät, mit dem ich jetzt arbeite und spätestens jetzt, ganz wichtig, Atemschutzmaske. Musik Untertitelung. BR 2018 So, also ich habe jetzt, wie ihr seht, die Oberfläche ist komplett abgeschliffen. Ich habe die danach komplett feucht abgewischt, deswegen sind hier noch ein bisschen dunkle Stellen. Das ist jetzt nur, wenn das Holz noch ein bisschen feucht ist. Das war anstrengend. Also ich will euch auch gar nicht erzählen, dass es irgendwie super schnell und super easy geht. Das ist keine Sache von 5 Minuten. Da brauchen wir schon ein bisschen Kraft. Gerade hier so die Ecken und die Rundungen, die sind ein bisschen tricky. Da kann man nämlich dann doch nicht immer so ganz mit der Maschine hin. Aber ihr werdet sehen, am Ende hat es sich auf jeden Fall gelohnt. So, ihr seht, das Holz ist jetzt viel, viel heller als vorher. Das ist jetzt das echte Eichenholz, was hervorgekommen ist unter der dunklen Lackierung. Ihr seht aber auch, dass hier in der Struktur von dem Holz teilweise noch sehr dunkle Stellen sind. Da könnte ich jetzt entweder noch viel tiefer abschleifen, um halt auch wirklich die letzte Ecke hier zu erwischen. Oder, und jetzt kommt nämlich mein Geheimtipp, ich bürste das Ganze. Ihr kennt das Bürsten vielleicht auch schon aus einem meiner zwei Videos zum Thema Holz altern lassen, wo das Holz wirklich einfach strukturiert wird. Die Drahtbürste, die nimmt nämlich aus der Holzstruktur die weichen Holzteile raus und lässt die älteren Jahresringe stehen und dadurch ergibt sich eine schöne 3D-Struktur. Und damit sollte ich jetzt eigentlich auch in der Lage sein, diese ganz dunklen Pigmente hier noch aus der Struktur rauszuholen. Dann starte ich jetzt mal. So, ihr könnt hier jetzt sehen, was mit dem Holz passiert ist. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr glatt. Und man kann richtig sehen, wie stellenweise wirklich entlang der Holzmaserung die Holzteile entfernt worden sind, die anscheinend dann nicht so hart waren wie der Rest. Die Pigmente, die restlichen Lackpigmente sind auch alle, zumindest fast alle weg. Und es gefällt mir so jetzt schon ganz gut. Jetzt ist die Oberfläche natürlich auch noch sehr rau. Also das jetzt so als fertige Möbeloberfläche fände ich jetzt nicht so gut. Deswegen habe ich jetzt hier noch ein ganz feines Schleifpapier. Und mit dem überarbeite ich den Tisch jetzt nochmal komplett, bis der schön glatt ist und sich schön anfühlt. So, und damit bin ich mit der Tischplattenaufarbeitung erstmal fertig. Da fehlt natürlich noch die endgültige Versiegelung, aber ich mache jetzt erstmal mit dem Unterbau weiter. So, jetzt geht es also mit dem Unterbau weiter. Und jetzt ist es ganz wichtig zu grundieren. Ihr wisst, Eichenholz muss eigentlich immer grundiert werden. Eichenholz enthält nämlich viele Gerbsäuren. Und wenn ich mit Kreidefarben später arbeite, dann würden diese Gerbsäuren mit der Kreidefarbe reagieren und dann wird es unschöne Flecken geben. Und das kann man nur vermeiden, indem man eine Grundierung verwendet mit Sperrwirkung. Und die schließt dann eben diese Holzinhaltsstoffe ein und dann kann man hinterher gefahrlos mit der weiteren Farbe weitermachen. Ich arbeite jetzt heute mit einem Shellac. Das ist schon fertig angerührt. Da gibt es auch als Plättchen, die Shellac-Plättchen, muss man sich dann selber in Ethanol auflösen und das Ganze also fertig selbst anmischen. Ich habe es jetzt hier fertig gekauft, ist ein bisschen praktischer. Und damit werde ich jetzt den gesamten Unterbau grundieren. Wie ihr seht, das ist super flüssig, das ist fast wie Wasser und dadurch wird das Ganze auch super schnell. So ist das in der Regel auch viel schneller trocken als jede andere Grundierung, die man so kaufen kann. Hier ist es jetzt wirklich wichtig, auch in die Vertiefung reinzukommen, weil da in diesen Schnitzereien, da bilden sich ganz besonders gerne hinter diese Flecken. Aber das ist wie gesagt mit dem Scheller gar kein Problem, weil das eben so flüssig ist, dass sich das automatisch in jeden Winkel reinzieht. So, nächster Tag, es geht weiter. Die Shellac-Rundierung ist längst trocken, also die braucht vielleicht zwei, drei Stunden maximal. Dann kann man weitermachen. Und ich mache jetzt weiter mit weißer Kreidefarbe. Und zwar werde ich den Tisch, das Untergestell vom Tisch, komplett erstmal mit weißer Kreidefarbe überstreichen. Wie ihr seht, Kreidefarbe deckt wunderbar, schon beim ersten Anstrich fast perfekt. Ich werde trotzdem zwei Anstriche machen, weil die Erfahrung hat gezeigt, zwei Anstriche, dann wird es richtig perfekt. So, der erste Anstrich ist jetzt getrocknet, also so weit, dass ich nochmal drüber gehen kann, weil ihr seht, so richtig deckend ist das nicht. Das deckt ganz gut, aber perfekt ist es nicht. Und deshalb mache ich eigentlich immer zwei Anstriche. Und ihr seht schon jetzt, danach wird es wirklich perfekt raussehen. So, die Farbe ist jetzt so gut wie trocken. Ich kann jetzt auch das Silbeband hier wieder abnehmen. So, nehme ich jetzt nicht mehr. Rein theoretisch wäre der Tisch jetzt schon fertig. Mir ist der aber noch ein bisschen zu langweilig. Einfach nur weiß, das reicht mir nicht. Ich möchte jetzt gerne mit zwei Farben, die habe ich mir hingestellt, so ein bisschen Applikation herausarbeiten. Dafür arbeite ich mit einem ganz kleinen Pinsel, damit ich das besser dosieren kann. Und jetzt überlege ich mir, wie ich da, ich habe eine hellere Farbe und eine dunklere, wie ich das jetzt hier so verteilen kann, dass es am Ende auch nett aussieht. Das Auftragen, das muss nicht ganz perfekt sein, weil am Ende werde ich ja mit dem Schleifpapier das Ganze so ein bisschen in den Chappie-Look versetzen. Und da ist das gar nicht schlimm, wenn die Kanten gar nicht so sauber gemalt worden sind, weil die schleife ich nämlich einfach nachher ab. Und das zeige ich euch dann gleich. Bis zum nächsten Mal. So, die Applikationen sind jetzt fertig. Ich habe die wirklich nur ganz grob aufgemalt. Während die jetzt trocknen, widme ich mich jetzt wieder der Tischplatte. So, ich mache jetzt die Endbearbeitung von der Tischplatte. Ich habe die ja strukturiert, das heißt, ich habe hier eine tiefe Struktur erzeugt und die eignet sich jetzt ganz hervorragend für einen Whitewash-Effekt. Und zwar habe ich hier weißes Möbelwachs, das ist Kalkwachs. Und das arbeite ich jetzt mit einem fusselfreien Lappen einfach ganz tief in die Struktur ein. Und dann wird die ganze Arbeitsplatte nämlich hier oben nochmal heller. Wird betont und vor allen Dingen wird die Struktur betont. Ihr könnt das hier super sehen, wie das Wachs in den Vertiefungen richtig schön zurückbleibt. So eine Whitewash-Optik bekommt man auch nur auf rohem Holz hin. Und je gröber die Struktur von dem Holz, je mehr die Maserung herausgearbeitet ist, desto stärker ist dann auch der Whitewash-Effekt. Das mache ich jetzt auf der gesamten Platte und dann wirkt die insgesamt viel heller und vor allen Dingen viel lebendiger. So, mit dem Wachsen bin ich jetzt fertig. Ihr könnt hier sehen, ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben, dass ich auch wirklich jede Rille mit dem weißen Wachs fülle. Und somit ist quasi der Maximal-Whitewash-Effekt entstanden. Also heller bekommt man das nicht mehr. Jetzt kommt richtig die Holzstruktur zur Geltung. Die Tischplatte ist jetzt so fertig, die muss jetzt trocknen. Und ich werde ganz oft von euch gefragt, wie lange muss denn Wachs trocknen oder ach, das ist so klebrig, ist das normal? Ja, das ist normal. Wenn das Wachs frisch aufgetragen ist, dann ist es immer etwas klebrig. Und es wird erst dann richtig glatt, wenn es richtig durchgetrocknet ist. Und je nachdem, wie viel Wachs ihr aufgetragen habt und was für Wachs ihr verwendet, dann kann das bis zu sechs Wochen dauern. Und ich glaube, die ziehe wirklich viel Wachs drauf. Also die Rillen, die sind ja teilweise recht tief. Da ist jetzt viel Masse drin. Also ich stelle mich jetzt darauf ein, dass ich eigentlich so die nächsten sechs Wochen mit der Tischoberfläche nicht so viel machen sollte, damit ich eben sicher sein kann, dass ich da nicht nochmal was von der Optik verändere. Wenn ihr auch einen Tisch aufarbeiten wollt, dann kann ich euch wirklich dringend ans Herz legen, auch über das Wachs nachzudenken, anstatt von überstreichen, also zu lackieren. Der Vorteil, der Riesenvorteil von Wachs ist nämlich, hier kann nichts absplittern. Das heißt, wenn der Tisch benutzt wird und er bekommt seine Macken, dann kann ich hinterher ganz einfach mit dem weißen Wachs nochmal mit dem Lacken kommen und kann stellenweise ausbessern. Das geht mit dem Lack nicht. Wenn Lack einem abgesplittert ist, da kann man eben nicht mal eben so die Stellen ausbessern und dann sieht alles wieder schön aus. Dann muss der ganze Lack wieder runter und man muss neu streichen. Also Wachs ist wirklich pflegeleichter. Was Langlebigkeit angeht, auf jeden Fall mehr zu empfehlen als jede Art von Lack auf einem Holztisch oben drauf. Also denkt drüber nach, vielleicht ist das ja auch eine Alternative für euch. So, hier oben drauf bin ich also fertig und jetzt mache ich mit dem Unterbau weiter. Der braucht nämlich noch seinen Shelby Chic Finish. Nachdem jetzt auch die bunte Farbe auf den Verzierungen getrocknet ist, kann ich jetzt schleifen. Und zwar, ich nehme hier ein ganz relativ feines Sandpapier mit 120er Körner und ich gehe da jetzt einfach über erhabene Stellen. Und hier könnt ihr jetzt sehen, warum das überhaupt nicht wichtig ist, das hier genau mal. Hier jetzt denkt man ja, das ist nicht so besonders schön gelungen. Hier ist einfach ein bisschen ausgefrenzt. Aber wenn ich jetzt hier mit dem Schleifpapier rübergehe, dann seht ihr, das kann am Ende kein Mensch mehr sehen, ob da ursprünglich mal schön gemalt worden ist oder nicht. Weil am Ende ist es so oder so schäbby. Das, was ihr jetzt hier sehen könnt, das ist der Multicolor-Effekt. Ihr habt die Farbe, die bunte, auf den Verzierungen. Wenn ihr das durchscheuert, dann kommt teilweise die weiße Farbe wieder hervor und aber auch das Holz darunter. Und somit wirkt das ganze Bild noch ein bisschen interessanter, als wenn ich jetzt nur mit weiß gearbeitet hätte. So, mit dem Schleifen bin ich jetzt fertig. Ich habe abgestaubt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Versiegelung. Kreidefarbe ist sehr empfindlich und muss immer versiegelt werden und das mache ich jetzt mit Möbelwachs. Dabei nehme ich jetzt aber nicht weißes Möbelwachs, so wie ich das hier auf der Tischplatte gemacht habe, sondern ich nehme farbloses, damit es einfach ein mattes Finish gibt, was man kaum sehen kann. Und damit arbeite ich jetzt komplett um den gesamten Tisch herum. Alles, was angemalt worden ist, wird damit versiegelt und danach ist das Ding fertig. So, ich bin fertig mit dem Wachsen. Ihr seht, das Wachs hat die Optik von der Farbe kaum verändert. Das ist ein bisschen kräftiger geworden von der Farbgebung hier und es gibt einen ganz, ganz seidenmatten Schimmer. Also von Glanz kann man gar nicht sprechen. Also keine Angst, Wachs macht euer Möbelstück nicht glänzend. Es wird schön versiegelt und die matte Optik bleibt erhalten. Ich finde, es hat sich gelohnt, die paar Stunden Arbeit zu investieren. Aus diesem Eiche Rustica Möbelstück ist ein super schönes Einzelstück in Shelby Chic geworden. Also Leute, gebt den Eiche Rustica Möbel eine Chance. Ihr könnt wirklich was daraus machen. Für noch mehr Tipps rund um Materialien und Techniken besucht gerne meine Webseite www.shelbe-it-yourself.de. Da findet ihr ja viel mehr Projekte und folgt mir gerne auch auf Facebook und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!